Heute zeige ich euch, wie man ein Zwiebelhautpräparat von einer roten Zwiebel zum Mikroskopieren herstellt. Ich habe mir Zwiebeln gekauft. Am besten sind da die roten, gehen auch die weißen, aber am schönsten sieht man es mit den roten Zwiebeln. Und dazu brauche ich erstmal einen sogenannten Objektträger, der quasi hier schon vorliegt. Und ich brauche dazu auch noch sogenannte Deckgläschen, die sind eben hier auch zu sehen. Jetzt meine ungeschälte Zwiebel, die brauche ich erstmal nicht mehr, ich habe sie schon geschält. Und ich schneide die jetzt quasi für die Schüler schon vor. Und dann viertel ich quasi für mehrere Präparate dann schon meine rote Zwiebel. Und ihr seht schon, die zerfällt jetzt schön in viele Teilchen, die ich dann jeweils hier an meine Schüler verteilen kann. Das Schöne an der roten Zwiebel ist, dass eben auf der Oberseite hier von den ganzen Schalen sieht man zum einen diese dünne Haut und man sieht auch die rote Färbung, die dann entsprechend mikroskopiert werden kann. Was mache ich jetzt? Ich nehme meinen Skalpell und ritze jetzt sozusagen kleine Rechtecke in die Zwiebelschale. Und ziehe dann vorsichtig die Haut ab. So, ein Häutchen. Und das platziere ich jetzt mittig auf meinem Objektträger hier. Und gebe mit Hilfe einer Pipette oder eben einer Tropfflasche einen kleinen Tropfen Wasser. Geht dann so mal das Leitungswasser einfach dazu. Und dann kommt der kniffligste Teil. Und zwar muss ich jetzt mein Deckblättchen, das ist ein ganz dünnes Glas, das möglichst sauber sein sollte, möglichst so platzieren, dass möglichst wenig Luftblasen jetzt unter dem Gläschen eingeschlossen sind. Am besten geht es, man nimmt es dann schräg. Geht auch mit der Pinzette und lässt es dann so langsam auf den Tropfen fallen. Und dann verteilt sich das Wasser eben unter dem Deckblättchen gleichmäßig. Wenn ihr zu viel Wasser haben solltet oder zu wenig, zu viel kann man eben über ein Papier, über ein Taschentuch zum Beispiel, absaugen. Und wenn man es zu wenig hat, kann man einfach an der Seite einen Tropfen platzieren. Und dann zieht sich das Wasser automatisch nach unten rein. So, Präparat fertig. Jetzt müssen wir es natürlich nur noch anschauen. Und dazu habe ich hier eben auch meinen Objekttisch zu klemmen, die das Ganze befestigen. Die kann man nach oben biegen. Bitte nicht zu sehr, weil sonst verbieten sie sich. Und entsprechend platziere ich das schon mal hier mittig. Und dann schalte ich das Licht an entsprechend. Der Objekttisch ist noch ganz unten. Das heißt, kleines Objektiv, man sieht erst noch mal gar nichts, sondern man muss jetzt das Ganze noch möglichst weit oben bringen. Und dann kann man schon mal einen Blick wagen und mit der Feinjustierung dann entsprechend schauen. So, das war die Zwiebelhaut. Probiert es mal aus. So, das war die Zwiebelhaut. Und die Zwiebelhaut. Sie messt nicht so weit rein. So, das war die Zwiebelhaut.